Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Castle Crashers Hardcore! Ähm... Das mag ein bisschen creepy. Dino! Ich war gerade etwas... Oh ja, Dino. Leute. Dino! Ähm... Wir waren gerade irgendwie rausgeflogen aus dem Spiel. Ja, irgendwie. Ich hab keine Ahnung, wo... wo dran das gelegen hat. Ich auch nicht. Okay, ich glaube ich level demnächst mal ein bisschen auf Stärke, weil Magie ist nicht so geil gerade. Hahaha. Nein. Ehrlich. Ja, aber es ist schon geil, aber... Naja. Oh nein. Nicht schon wieder. Ah! Ich will sein spitzes Wetter haben, Alter. Ich will seine Lache haben, Alter. Hahaha. Nein! Ich hab mich schon wieder. Warte mal. Nein. Leck mich! Wo ist denn der Dicke? Ich glaube, der ist tot. Der hat mich gesehen und hat dann gesagt, nö. Ja. Meck in den Exit, Alter. Hahaha. Alter, guck dir das an! Digga! Was hier? Was? Was? Wer schubst mich da von meinem Dino runter, hä? Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Das ist ja die Frechheit hier. Da ist ein Tarnersatz für dich, der Spälder. Du verkackst richtig mit deinem Leben. Nur weil du Magie hast. Ist klar. meinst du ernst das muss ja sein wie ich rasiere weil du nur Spaß bist und auch noch den letzten Apfel frisst dein Dino kann dich bald nicht mehr tragen weil du so fett bist so ich laufe jetzt nicht weiter also mein Let's Play ist ja nicht nur zur Info oh oh mein Gott ich spiele nur gerne mit ja ja hier ist doch ne Birne schnapp sie dir komm schnapp sie die hier ja nicht oh Level up hey ich hab übrigens bevor du mich angeschrieben hast äh ja let's play äh Thief oder Tief oder wie das heißt das hat er gerade rausgebracht gehabt irgendwie so und sowas kennst du Dishonored? ne auch ne oh mein Gott alter geh mir weg geh mir weg geh mir weg ich kenn doch keinen Mafia obwohl es ein geiles Spiel sein soll laut deiner Aussage oh yeah hoffentlich machen die noch einen dritten Teil wenn nicht dann hasse ich diese Typen einfach ich hasse wenn du da nicht dazwischen gehen würdest weißt du könnte ich auch mal schnell sehen aber nein ja immer ist es Philipps an der Schuss natürlich alter das ist die schwerste Stelle hier ist mir so kommt mir so vor irgendwie ja weil du gerade wieder verkackst nein ich verkacke nicht du hast nur noch eine Heilpunkte wie viel hab ich? fünf was ist da los? ich weiß auch nicht dieses Spiel schafft mich einfach alter kompriziert ach ich bin ja recht stimmt der hallo ey der mit seinem Dino hier der Dino rennt mich um ja tut mir leid ich schnapp mir den jetzt hier die mit ihren Bögen die mit ihren Bögen alter oh mein Gott ich hasse sie alle so hallo ich glaub du musst zweimal drücken oder so so wieder bist du tot oh toll das stimmt das letzte mal Level hat er nicht mit gezählt weil er da das Spielabdruck schmült ist ey ey nein 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 Geld ja das macht Sinn guck mal wie du da schillst hallo 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 ich heiße dich deiner sag mal was du kannst meinst du oh nein nicht schon wieder das haben wir doch schon das ist nur einmal witzig nein das ist ein paar mal witzig guck mal ich stell mich drunter eh eh gibt es da so ein Gimmick für oder so angeschissen oder so halt angeschissen ich fühl mich leicht beschissen ich weiß nicht wie das kommt ähm oh 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 meins mei hallo hallo warum kann ich die Kiste nicht öffnen da möchtest du auch Schwert haben alter ich hasse diese Bögen hallo ich möchte danke hallo du bist tot hallo alter meine Güte stirbt doch wollte ich grad sagen wo ist eigentlich mein Dino hin ich habe keine Ahnung komm doch was das das sind Bögen ne ja die haben früher schon genervt aber heutzutage jetzt packe ich mein Skill aus hier das oh mein Gott da war ein Bögen hast du bis jetzt nicht gemacht ne naja hab ich alter komm mal klar Digga ja ich kann nicht ja geil du kannst gar nicht sterben mir grad eingefallen warum nicht ich kann dich immer reanimieren auch wenn das da nicht steht achso das steht ja immer nur zu Anfang weißt du achso achso oh nein alter ich hasse diese Bögen ich hasse die ich bin da ach du bist schon wieder hast du keine Heilpotion ne hallo kann ich mal mein ich hör dann mal äh ich bin auch tot wie wärs mit einer Waffe mit einer höheren dm Zahl ok wir sind aber schon mal einen weiter wow 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 Digga da 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 ich muss ja mit laufen ach geh dir nicht mit Falt hast bla 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 für Stärke mache ich ja da war doch was aber ich weiß das es hier was sehr gutes für Stärke gibt da war doch irgendwas mit hier fünf da okay baue ich aber war ja das würde ich nehmen das hat auch noch plus schutz kann ich nicht ach dann kann ich das ich glaube es gehört oder weil man das wie wärst du mit dem steak hier ja ich glaube in einem in einem level werde ich das machen die folge kannst du noch gerne so nennen die angel ist das hier plus 4 plus 1 kann ich die nehmen kann ich auch nicht nehmen ist ja so klar na egal ich nehme das steak oder vielleicht vorne noch ich guck mal konnte man kann es sein dass ich ein bisschen schnell bin ich probiere gerade wie also diesen durch nach vorne machen konnte weißt du ich probiere das ich kann so machen ja wie hast du es gemacht mit der y-taste ah ich kann dir das nur mit dem controller beibringen wo geht es hier raus hier links wieso liegt das stroh nein nein ach doch du willst ja dinge so okay dann gehe ich halt mal ein bisschen auf stärke okay die macht aber gut nicht gut nicht schlecht schaden nicht gut schaden ist klar mhm 27 oder sowas im ersten mal hab ich gecut wieso laufen die immer weg what the fuck weil die dich nicht mögen süß sein wahrscheinlich ja bleibt halt hier ich will gerade auf den drauf springen wo kommt der jetzt obama her ich bin voll warum bin ich voll ach nee das war ja falsch oder ich wollte eigentlich zu ja okay so ja okay wir hätten mir mal ja lassen wir einfach keine chance das ist doch langsam ausgeschissen überdecke dich da bleibt immer so ein rand von dir nein okay push wenn du jetzt wieder abkratzt alter dann wie treffen mich die feile denn nach hier drüben die können es einfach digger boah ich hasse auch diebe ne die diebe sind die schlimmsten nee irgendwas kam noch was ganz schlimmes weiß aber nicht mehr was diese mit ihren kackpfeilen meine güte was ist denn sag jetzt nicht du bist schon wieder tot nein bin ich nicht nein warum köpfe ich die andauernd nur ist doch gut heilige scheiße das kann doch nicht wahr sein da sind ein schwert drin der lebt noch da ist ein schwert drin wie oft denn noch also das war aber kacke ein paar meter weiter alter die mit ihren bögen da alter was ist denn hier los warum kann ich ich liege alle jede sekunde ohne scheiß ungelogen liege ich unten wegen so nem scheiß bogen ich hab die perfekte overpower tatsächlich gefunden sterb eins weiter das ist immer noch lustig das ist so ne sache ach natürlich was man hat ja auch noch den drehsprung nein den sollte man eventuell einsetzen dann das sind deine auf die präse ja könnte den haben ah jetzt weiß ich auch wie du das machst hohoho du bist ja ein recht schlauer junge du bist ja ein recht schlauer aber oh nein ja die sind immer nicht so oh doch die werden schwierig haha ah so geht das hey die werden blüten ich sehe was du da sitzt da gleich die zum brennen warum das sind noch waldmenschen warum gleich die zum brennen komm doch raus da hey guck mal das ist doch ein Tier das ist ein haustier was dahinter schwebt ja ich weiß aber ich weiß auch nicht wie man da hinkommt warte mal hier hinter der da hinter irgendwo vielleicht muss man ja auch irgendwo hoch springen das kann auch sein das wir achso ich wollte schon sagen ich wollte jetzt das schwert hä ah hier so vielleicht lol was war das na das ist scheiße hier hinter ne oh mein gott habe ich mich erschrocken also der Humor den muss man echt erstmal so ne und so den muss man mal haben mal haben Leute bin ich grad hatte ich grad so ein Leute ich hab grad nen Dash noch rum gemacht ist ja geil oh 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 den haben wir nie gekriegt den hier meintest du nein fuck oh nein ich seh's jetzt ja wasch deine Wäsche alter genau ähm mit dem Bogen kannst du doch eh nichts anfangen mit dem Papa weiter äh ah ich weiß vielleicht wie wir's hätten machen können was ich kann mit dem Energiesprung so über jetzt hoch springen da hätten wir's vielleicht kriegen können ne ich glaub nicht jetzt vorbei jetzt ist es zu spät Hoffnung ist verloren ne ne hier ist Feuer ich branne ähm ok ne gell die Waschfrauen hä die laufen weg die 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 gegen wen kämpfen hier äh gegen den ach gegen den das ist schön wenn er so stehen bleibt dann kann ich auch so mit der Magie ein bisschen kämpfen weißt du aber ja aber der ist ziemlich schwer irgendwie ja ne kann er sein ja nicht wenn er so stehen bleibt ja der macht gar nichts oder und man denkt ja das ist das ist einfach das was der Gegner sein soll dabei kommst du gleich auf die Dicke oder level up so muss das gehen so muss das gehen oh mein Gott ich hatte auch eins wo bin ich wo bin ich ich weiß nicht ich weiß dass ich hier bin wir schnitzeln grad ganz schön ne ich bin grad irgendwie zwei level über dir und ich weiß nicht wie ich das gemacht hab äh nehm ich einfach vor ich übe jetzt schlecht war ne geh doch auf den Dicken ich weiß nicht ob die Kleinen sterben wenn der Dicke stirbt natürlich das ist immer so ja wenn meine Mutter stirbt sterben oh jetzt bin ich tot das ist kacke aber die kriegst du daumen ja nein nein jetzt du lebst bin ich ernst hab jetzt ja ich kann mal nicht weg ich bin tot lol Digger ok super super nicht von vorne bitte nicht von vorne nö nö wir sind schon ein Stück Wollen wir eine Pause machen? jaa ne Pause dann kann ich mal hin... dann äh bis gleich ja bis tschüss tschüss